Liebe Schach-Community, in diesem Video schauen wir mal wieder auf die Global Chess League. Neunte Runde von 10 gespielten Runden, insgesamt Vorrunde ist also fast vorbei. Und ich habe ein Sahnestückchen rausgesucht, Richard Rapport gegen Padam Maxotlo. Bedenkt seit 20 plus 0, ihr wisst es, wir gehen direkt rein. Und Richard Rapport spielt in dieser Partie meine Variante, E4, C5, Springer F3, D6, Sizilianisch und jetzt Läufer C4. Das wird in den letzten 1-2 Jahren immer wieder mal gespielt, auch von Top-Leuten, das ist eine gute Waffe. Ich habe ja meinen Kurs rausgebracht auf Modern Chess von Niklas Huschenbeet, das war Anfang des Jahres. Nicht auf Chess, sondern auf Modern Chess, das wird immer wieder verwechselt auch. Und da war komplettes Repertoire mit 1. E4, Bulletproof-Repertoire mit Big Greek. Und da habe ich Läufer C4 propagiert, gegen Sizilianisch mit D6, 2. D6. Das ist natürlich eine wichtige Hauptvariante hier. Und Läufer C4 kann man sehr gut spielen, nach italienisch-spanischen Vorbildern. Entstehen häufig die Strukturen mit Ruchade, Turm E1, C3, D3, D4, solche Geschichten. Hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie Schwarz sich aufstellt. So, erstmal geht es weiter mit Springer F6 hier, D3. Ich habe das übrigens auch gegen Pader Maxotlo gespielt, letztes Jahr bei der Team RapidVame mit Läufer C4. Habe einen richtig auf dem Deckel bekommen damals. Lag aber nicht in der Eröffnung. A6, man kann hier vieles machen mit Schwarz. Springer C6, G6, A6 mit der Idee B5, ja. Rapport verhindert das hier mit A4. Springer C6, Entwicklung, Ruchade, Entwicklung, H6. H6 verstehe ich hier nicht, ich weiß nicht, warum man H6 hier macht. Weiß nicht, ob er sich das irgendwie ausgedacht hat, aber er spielt das sehr schnell. H6 finde ich ein bisschen seltsam. Springer G5 ist ja keine Drohung. Sei es drum. Ich weiß nicht, ob er G5 spielen will. Er ist irgendwie so Marke Eigenbau. Wie auch immer. Es geht hier weiter mit Springer C3, normale Entwicklung. Entwicklung. Ich denke mal, er ist so ein bisschen gegen H3-Design. Da kommt nämlich G5. Das ist die Idee. Wenn weiß H3 spielt, dann hier G5. Und wenn ich C3 spiele, dann Läufer G4. Ja, Max Hutler hat sich da was angeschaut. Interessant. Okay, Springer C3, Läufer G4, H3, Läufer H5, Springer D5. Der Springer soll nach F4, den Läufer hier verteuern. Oder Springer F6, G4. Es geht weiter mit E6. Springer F4. Läufer F3, Dame F3. Weiß hat den Entwicklungszuhl ersprungen. Und was macht hier Max Hutler? Er spielt H5. Noch ein Bauernzug. Also so ein Zug, auf den ich niemals kommen würde in so einer Stellung. Keine Ahnung, warum man den spielt hier. Aber die Engine sagt, das ist okay. Springer H5 verändern vielleicht. Sei es drum. Springer E5 kann man machen, aber ist jetzt keine besondere Geschichte. Den Läufer hier geben. Läufer E7 kommt mir als erstes in den Sinn, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, H5. Springer E2 zurück. Ja, es geht darum, den F-Born laufen zu lassen und dieses Feld zu decken. Springer E5, Dame E3. Und jetzt geht es richtig Harekiri weiter mit G5. Richtig aggressiv, Max Hutler. Ganz typisch. Der junge Iraner ist echt ein sehr, sehr aggressiver Spieler. Wenn ihr so fragt, warum nimmt er nicht den Läufer? Ja, diese Struktur hier ist hier gut für Weiß. Der Bauer D6 ist rückständig. Dann gibt es langfristig auch kleine Probleme hier. Sehr angenehm für Weiß. Eventuell droht hier auch E5 in manchen Varianten. Er spielt hier G5. Jetzt sollte Weiß sofort F4 spielen. Das wäre der beste Zug. Direkt die F-Linie öffnen. So was hier. Und dann auf der F-Linie Druck ausüben. Aber er will zuerst den Läufer retten mit Läufer B3. Das war gar nicht nötig. Jetzt könnt ihr nämlich Schwarz G4 spielen. Und dann ändert sich das Bild. Jetzt ist F4 en passant. Schlagen. Und dann öffnet sich die G-Linie. Hier ist es völlig anders. Dann hat Schwarz zumindest die offene G-Linie. Für den Angriff. Und ihr seht, der Balken sagt hier, ja, ist angenehm für Schwarz. Weißer König ist sehr offen. Also hier ist noch ein bisschen die Möglichkeit verpasst mit G4. Spielt stattdessen Läufer H6. Will das verbessern mit G4. Aber jetzt hat Weiß die Möglichkeit, sofort F4 zu spielen. Und da G5 und E5 angegriffen sind, muss Schwarz nehmen auf F4. Weiß nimmt. Jetzt ist die G-Linie nicht offen. Das ist ein Riesenunterschied. Und jetzt ist die F-Linie offen für Weiß. Gut für Weiß. Geht weiter mit H4. Viel zu langsam gespielt. Schwarz vernachlässigt sträflich die Entwicklung. Ich weiß auch nicht, warum er hier H4 spielt. Vielleicht will er Springer H5 spielen hier, ne? So auf doof hier eine Qualität gewinnen. Aber er musste langsam aber sicher mal die Dame entspricht. So was wie Dame E7 und Langrohade anstreben. Sei es drum. H4. Dame F2. Macht Druck auf der F-Linie. Klar, die Dame musste weg, ne? Es droht hier Springer H5. Habe ich schon eingezeichnet. Dame F2. Springer FD7. Geht weg aus der F-Linie. Aber jetzt kracht's. Läufer E6. Schwupp. Nimm, Nimm. Zwei Bauern für die Figur. Und der Springer hier ist wie eine Krake. Ja, die Dame muss das Feld C7 decken. Deswegen Dame B6. A5. Dame C6. Und jetzt C3. In aller Ruhe. Werden wir alle Zeit der Welt. Keine Eile. So, Springer D3. Geht nicht wegen Schachmatt. Turm C8. D4. Schnapp, schnapp. Dame C4. Dame F5. Ja, der Springer ist angegriffen. Dame F5. Greift vielleicht sich den an. Springer F8 zurück. Ja, läuft es mit Läufer C1 hier? Dann kommt DE5, ne? Mhm. Dann droht Dame F7 matt. Und dann hängt auch der. Deswegen Springer F8. Dame H5 Schach. Springer EG6. Blockt das Schach. Aber jetzt kommt wunderschön. Turm F8. Turm Läufer F8. Dame schlicht G6. König D7. D5. Weiß hat jetzt auch keinen materiellen Nachteil mehr. Der Springer ist ultra dominant hier. Und Schwarz gehen so ein bisschen die Züge aus. Läufer E7. Eventuell den hier. Dame F5 droht Abzug. König E8 zurück. Ja, was soll er machen, ne? Er hätte vielleicht die Dame opfern können hier. Aber trotzdem, ne? Ist er immer noch gewonnen, ne? Springer F8. König B8. Springer G6. Feierabend, ne? So, 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 so. Also, weiß gewinnt so oder so Material, ne? Durch diesen Springerabzug. Deswegen geht er weg. Läufer G5. Einfache Entwicklung. Schnapp, schnapp. Dame E4. Turm F1. Und jetzt, äh, hat Schwarz keine Züge mehr. Der König hat nur das Feld hier. Aber das ist direkt matt. Sonst kann der König nicht ziehen. Und es droht einfach Springer G7 hier. Springer G7. König dahin. Und dann Turm F7 matt. Droht hier. Und dagegen gibt es keine Verteidigung, ne? Mh. Maxutus spielt dann noch irgendwas. Turm C2. Und ließ sich matt setzen hiermit. Jaja, das ist das, äh, hier. Da kann er da rauslaufen. Aber das ist leider hier matt. Dame D8. Das bringt mich auf die Idee, was passiert, wenn der Turm hier hinzieht? Na, dann ist er ganz weg. Äh, sagen wir mal, Turm B8. Springer G7. König D7. Hier König C8. Aber dann ist Dame C1 matt. Ja, man kann die Dame noch dazwischen stellen, aber... Und wenn der Turm hierhin geht, ist auch Springer G7 matt. Auch das hier, ne? Jaja. Es ist immer matt. Egal, was Schwarz gemacht hätte. Eine sehr schöne Partie von Rapport, muss ich sagen. Sehr, sehr stringent. Total locker das Ding nach Hause gefahren. Die Fehler von Maxutus wunderschön ausgenutzt. Ihr könnt ja mal ausprobieren, ne? Drittens Läufer C4 gegen Sizilianisch mit zweitens D6. Jetzt gucken wir mal auf die, ähm, die Tabelle nach neun Runden. Es ist nur noch eine Runde zu spielen. Und die PGB Alaskan Knights haben sie jetzt für das Finale qualifiziert und werden wahrscheinlich auf Alpine... Ne, die spielen gegen Alpine SG Pipers, so wie es aussieht. Das ist das Team von Magnus Carlsen. Ja, es kann vielleicht noch was passieren. Man kann ja auch, glaube ich, drei Punkte dazu gewinnen, wenn man gewinnt. Und Alpine SG Pipers kann ja in der letzten Runde verlieren. Es gibt übrigens, und dann gibt es ein großes Finale zwischen den beiden besten Teams, ne? Das Team von Magnus Carlsen gegen das Team von Anish Giri. Ähm, das Einzelergebnisse, ihr seht, Nakamura gewann gegen Vashila Graf vorne an einem Spitzenbrett. Carlsen gegen Arnand. Und Giri gewann gegen Firouz, ja, was ist denn da los? Giri fängt an zu gewinnen. Das ist hier im Moment der Tabellenführer. Es gibt übrigens auch eine Turnierseite, ist mir gestern erst aufgefallen. Die ist ziemlich schick gemacht. Tag mal globalchessleague.com heißt die. Dort findet ihr auch alle Informationen. Die ist richtig gut gemacht, muss ich sagen. Also mit sehr viel Aufwand gestaltet. Ähm, so ein bisschen E-Sports-Level. Ja, könnt ihr auch gerne mal reinschauen, wenn ihr wollt. Globalchessleague.com So, das wär's von mir. Ähm, schöne Partie von Richard. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Schmankerl zum Donnerstagabend von mir. Macht's gut. Hä? Du bist immer noch am Start? Du hast ja tatsächlich das gesamte Video bis zum Ende angeschaut. Daumen hoch. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren, falls du es nicht gemacht hast.